Hey Jesse, ich glaub ich hab leichte Gefühle, ja? Jermaine, ich kann das nicht ernst nehmen, wenn du das sagst. Wenn ich von Gefühlen spreche, dann ist das 100% Lernens, weil ich mach hier niemandem irgendwas vor oder so. Und ja, das ist irgendwie was Neues für mich. Ich mag den Jermaine immer noch und alles ist cool, aber ich kann mir nichts mehr mit ihm draußen vorstellen. Ich mag dich wirklich sehr. Ich hoffe, du mag dich auch. Magst du mich? Ich nehme mir hier nichts mehr so zu Herzen, weil ich glaube, das ist auch besser hier drin, weil sonst wird man hier ganz schnell verletzt. Oh mein Gott, was hast du denn getan? Bist du die erste Frau, die den Wolf zähmt? Das muss schon die richtige Frau sein, dass ein Wolf irgendwie zum Husky wird. Hey, kannst du mitkommen? Was genau? Wolf bist du nach Hause gegangen? Was sagst du? Wolf ist ab, ab nach Hause? Nein, ich brauch meinen Wolf. Wolf ist zu Hause. Nein, Wolf ist zu Hause. Was glaubst du? Wolf hat sein Zuhause gefunden, glaube ich. Wie? Wie meinst du? Ach, wir sehen. Na ja, keine Ahnung, hier ist so viel passiert, hier darfst du auch keinem trauen. Und deswegen, ich trau hier auch immer noch gar keinem. Ja, ich mag sie, glaub ich ja. Was? Warte mal was? Ich glaub ich mag sie, ja. Ob Ernst? Oh, das ist doch cool. So for real. Oh, das ist doch cool. Also for real, for real. Ich glaub ja. Oh ja, Bruder. Ja, man kann hier keinem vertrauen. Also hab einfach deine, hab einfach eine coole Zeit. Ja. So nimm Sachen hier nicht zu ernst und guck einfach. Ja, safe. Also achte lieber auf so die Taten als auf die Worte, weißt du was? Ja, das stimmt. Ja. Das ist immer schlau. Krass, Digga. Bruder, guck mal, es ist nix. Digga, sie zieht mir die Schuhe aus. Ja, guck mal, jede Schuhe schon verloren, Digga. Hey, wer ist nochmal Bella, ne? Ja. Wer kommst du? Aus Hamburg. Coole Leute habt ihr hier drin. Alle sehr freundlich bis jetzt und ja, auch natürlich hübsche Typen. Wie war dein erstes Date? Ja. Willst du ihn zurück? Nein. Nein? Nein. Paulina war meine Nummer eins, aber dieses ganze Paulina-Jassin-Thema ist ein bisschen too much, hab ich keinen Bock mehr drauf. Von daher, ich war so ein bisschen, also ich hab meinen Fokus so ein bisschen auf sie gelegt. Wollen wir rauchen? Können wir. Das Ding ist, Bella ist eigentlich nicht so mein Typ, also nicht mein Beziehungstyp. Spaß-Typ irgendwo. Ich wein' grad zu den anderen, das ist was, was ich empfinde. Ich spür's, die haben sich voll gefreut, ja. Also ich muss ehrlich sagen, so Gefühle zu haben ist schon was sehr Schönes, ja. Wer weiß, hat sich, also vielleicht ist das grad auch einfach nur Reizüberflutung. Jetzt kommt der mir mit, irgendwie, er hat Gefühle und so und ich kann's einfach nicht, ich kann damit nicht umgehen. Du spürst sehr wohl mit dir. Und das Ding ist, ich spür's wirklich seit Tag eins voll wohl mit dir. Und das ist das Krasse, weißt du? Guck dich so, Mann, du bist voll skeptisch, ja. Du bist voll skeptisch, so, hä? Oh, 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 oh.